»Das war... interessant«, bemerkte Hermine, nachdem Draco und Blaze weggegangen waren und nippte an ihrem Wein. »Wie ich sehe, ist Draco immer noch genauso Slytherin wie eh und je. Und war es nur meine Einbildung, oder hat er einen Hauch schottischen Akzents?« Harry grinste. »Hat er. Ist doch ziemlich belustigend, wenn man darüber nachdenkt.« »Ich schätze, er lebt schon so lange in Schottland. Zehn Jahre können das bewirken. Du hast selbst einen Hauch Akzent in den vergangenen fünf Jahren aufgeschnappt.« Hermine blickte mürrisch. »Soweit ich das Bedürfnis entwickle, nach jedem Satz Ed zu sagen, werde ich mir Sorgen machen. Doch im Moment bezweifle ich es aufs Höchste, dass man das weiche Klingen meiner Sprache als Akzent bezeichnen könnte.« »Ja, sicher. Darauf kannst du einen lassen,« zog sie Harry mit einem übertriebenen Akzent auf, von dem er hoffte, dass es kanadisch klang. Er lachte, als sie missmutig ihr Glas ansah. »Akzent mal dahingestellt. Draco sieht gut aus, meinst du nicht? Ich wünschte, ich würde so altern. Er wird bald einunddreißig und sieht keinen Tag älter aus als fünfundzwanzig. Das ist einfach empörend.« Hermine summte eine nicht eindeutig bestimmende Antwort. »Du hast mir noch nicht erzählt, wie es mit dir und Grace so läuft. Ist alles gut bei dir?« Harry betrachtete seine Appetithäppchen vor ihm sehr intensiv. »Nun, äh, nein. Wir haben im August Schluss gemacht. Ist besser so. Im Grunde waren wir einfach zu unterschiedlich.« »Es tut mir leid, das zu hören, Harry. Aber ich stimme dir zu. Ich denke auch, dass es das Beste ist. Du brauchst jemanden Verbindliches, um eine Familie aufzubauen, und jemanden, der weniger auf ihre Karriere konzentriert ist.« Hermine fuhr mit ihrem Daumen am Weinglas entlang und brachte es dazu, leise zu klingen. »Du kennst meine Bedenken Grace gegenüber. Sie ist eine nette Frau, aber ich habe nie geglaubt, dass sie die richtige für dich wäre.« »Hermine, du weißt nicht, was gut für mich ist. Tatsächlich wusste ich selbst bis vor kurzem nicht, was gut für mich ist. Ich brauche keinen, der verbindlich genug ist, um eine Familie zu gründen. Ich will gar keine Familie. Die Kinder im Waisenhaus sind mir Familie genug.« Er trank einen großen Schluck von seinem Wein und runzete leicht seine Stirn. »Was ich brauche, ist jemand, der sich eher an mich binden und zu mir gehören will, anstatt neun Monate im Jahr in einer anderen Gegend zu verbringen.« »Die Karriere-Sache stört mich nicht. Wirklich nicht. Wäre auch scheinheilig, das zu behaupten, insbesondere von mir, da ich mich selbst so sehr meiner Arbeit verschrieben habe. Doch ich möchte, dass mein Partner wenigstens in der gleichen Stadt lebt.« Er nahm sich mit seinem Stäbchen ein Wangtang und betrachtete es. Ist doch nicht so viel verlangt zu erwarten, dass der Partner zumindest in der gleichen Umgebung daheim ist, obwohl ich schätze, dass man damit auch falsch liegen könnte. Harry grüßte seine Freundin mit dem Wangtang zu und warf ihn in den Mund. Hermine blieb mehrere Minuten still sitzen, bis sie schließlich etwas erwiderte. »Du hast recht, Harry. Manchmal ist es schwer, unsere örtlichen Trennungen ins Blickfeld zu rücken. Ich bin froh, dass du immer noch das Gefühl hast, mit mir reden zu können, trotz unserer permanenten geografischen Trennung.« Sie seufzte, leerte ihr Weinglas und bedeutete, der Bedienung zu ihr ein weiteres zu bringen. »Aber hier geht es nicht nur um Grace. So sehr ich dir auch etwas anderes einreden möchte. Ich weiß, was das Richtige für dich ist und grinse mich jetzt nicht so an.« Sie gab ihm schmerzhaft einen Klaps auf sein Knie. »Ich glaube nicht, dass Grace der richtige Mensch für dich war. Sie ist sehr süß und unkompliziert, aber du brauchst jemanden mit Leidenschaft. Du brauchst jemanden, dessen Leben vor Feuer sprüht. Jemanden, der dich auf Zack halten kann. Du brauchst jemanden, der dich auf mehrere Ebenen als nur im Bett herausfordert.« Harry zog eine Grimasse und wollte etwas erwidern. Doch Hermine schnitt ihn ab. »Nein, lass mich fertig reden. Ich meine das ernst. Ob du nun eine Familie willst oder nicht, das ändert nichts an der Tatsache, dass sie für dich nicht gut genug war. Sie ist ein toller Mensch und ich werde dir auch nichts anderes einreden. Ich sage nur, dass du einen Partner brauchst, der für den Augenblick lebt und nicht für den Tag. Ich bezweifle es, dass du jemals aufgehört hast, dich nach deiner Abenteuerlust und völligen Hingabe, so wie du es immer getan hast, zu sehnen. Ein Mensch ändert sich, doch sein Geist nicht. Und sie hat deine Leidenschaft nicht anfachen können, so wie es ein wahrer Partner sollte. »Grace kann dir Freundschaft und Stabilität anbieten, abgesehen von der Karriere-Sache. Doch was ist mit der Leidenschaft, nach der du dich sehnst?« beendete Hermine ihre Gedanken kopfschüttelnd. »Das habe ich nie gedacht.« »Ich glaube, ich verstehe jetzt, weshalb Snape dich immer eine unausstehliche Besserwisserin bezeichnet hat,« meinte Harry und versuchte nicht zu lachen. Hermine lächelte ihn einfach nur an. Sie hatte ihren Anteil gesagt, so wie sie es immer tat. Jetzt war es an der Zeit, für Harry darüber nachzudenken, was sie gemeint hat. Es war ihr altes Spielchen und sie verfielen immer wieder sehr leicht darauf, obwohl sie sich nicht mehr so oft sahen. Die Bedienung brachte ihre Speisen und ein frisches Glas Wein für Hermine und sie aßen eine Weile schweigend. Hermine blickte zu Harry und versuchte, seine Stimmung auszumachen. Als Harry schließlich sprach, ging es um ein völlig anderes Thema und Hermine wusste, dass er ihr vorangegangenes Gespräch für spätere Gedankengänge aussparte. Sie entspannte sich unvermittelt, so sehr sie es nicht mochte, Harry zu bemuttern, so sehr hatte sie die Amerikanerin Grace nie gemocht. »Erinnerst du dich an mein Buch?«, fragte Harry. Hermine nickte höflich mit dem Mund voller Algen. »Nun, vor einigen Monaten habe ich einen Brief von jemandem erhalten, dem es gefällt. Er schrieb einige ziemlich provokante Ansichten bezüglich meiner Charaktere und es hat mich dazu gebracht, über einige Dinge nachzudenken, die ich nicht bedacht hatte. Am Ende habe ich ihm zurückgeschrieben und... Naja, das Eins hat zum Anderen geführt und jetzt schreiben wir uns mehr oder weniger regelmäßig.« Hermine lächelte. »Das klingt doch gut. Über was schreibt ihr euch denn? Nur über das Buch?« »Nein, ich meine, es hat damit angefangen. Doch so langsam scheint es sich mehr in die breiten Spektren des Lebens auszuweiten. Es ist komisch, aber ich bin inzwischen so weit, seine Gedanken und Meinungen richtig wert zu schätzen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das würde oder je wollen könnte, doch irgendwie freue ich mich inzwischen auf diese Briefe.« Hermine hob ihre Braue. »Was, du kennst ihn? Ich meine, abgesehen von den Briefen? Du weißt, wer es ist?« Harry hielt eine Minute inne und dachte über eine Antwort nach. »Nein, ich kann ehrlich behaupten, dass ich ihn nie wirklich gekannt habe. Ich wusste, wer er war, aber ich habe ihn nie gekannt. Ich schätze, ich fühle mich, als ob ich eine Chance bekommen habe, ihn jetzt kennenzulernen.« Hermine holte tief Luft. »Tut mir leid, aber ich glaube, ich konnte dem nicht ganz folgen. Das klang, als ob du sagtest, du kanntest ihn, aber du hast ihn nicht gekannt.« Sie hielt sich ihre Nasenwurzel zwischen ihrem Daumen und ihrem Zeigefinger und blickte Harry über ihre Hand hinweg an. »Wo ich abgeschaltet habe, ist, wie kann man jemanden kennen, ohne ihn wirklich zu kennen, und über was redest du überhaupt?« Rein metaphorisch kann man jemanden kennen, ohne ihn wirklich zu kennen. »Nimm mal dieses Beispiel. Menschen glauben, mich zu kennen, wegen der ganzen Presse und diesem Bild von Harry Potter. Doch wie viele kennen mich wirklich? Wissen, wer ich bin und wie ich ticke? Nur ein paar wenige. Du, Ginny, Neville. Das Gleiche kann man von diesen Menschen behaupten, nur mit einer leicht anderen gestalteten Riege.« Hermine ließ ein ungeduldiges Säufzen hören. »Sag es mir einfach, Harry, wer ist es?« »Draco Malfoy.« Hermine ablasste. »Malfoy?« Beinahe verschluckte sie sich ernsthaft am Essen und begann zu husten. Sie griff nach ihrem Glas Wein und spülte es hinunter. »Du hast doch gerade gesagt, du hättest ihn nie gekannt. Wie kannst du dann behaupten, du kennst Draco Malfoy nicht? Du weißt verflucht genau, wer und was für ein Mensch er ist.« »Nein, wir kannten den Charakter von Malfoy, doch wir haben nie gewusst, wer Draco wirklich war. Ich fühle mich, als ob ich jetzt die Chance bekomme und mir gefällt, was ich sehe. Er ist erwachsen geworden, Hermine, so wie wir übrigens auch.« Hermines ganzes Gesicht wirkte sehr nachdenklich. »Wenn du ihn dann durch die ganzen Korrespondenzen so sehr kennengelernt hast, weshalb hat er heute dann so kühl gewirkt, als er und Sabine vorbeigekommen sind?« Harry schenkte ihr ein nervöses Lächeln. »Nun, er...« Harry rieb sich seinen Nacken. »Er weiß eigentlich nicht, dass er mit mir korrespondiert.« Hermine legte ihre Stäbchen auf ihren Teller und setzte sich in ihrem Stuhl zurück. »Natürlich. Er denkt, er korrespondiert mit Jay Evans.« Sie schüttelte langsam ihren Kopf. »Ich weiß nicht, was ich sagen soll,« meinte sie nach einer langen Pause. »Ich meine... Draco Malfoy? Von allen Menschen, Harry?« Harry soffzte. »Du musst nichts sagen. Ich habe mir nur gedacht, dass du es wissen solltest. Außerdem, ich hatte gedacht, ihr beiden hättet, seit ihr miteinander im Krieg arbeiten musstet, eure Differenzen beigelegt.« Ich würde eine unvermeidbare Zusammenarbeit kaum als Beilegung unserer Differenzen bezeichnen. Malfoy hat einen brillanten Verstand, und du wirst mich auch niemals dabei erwischen, dem zu widersprechen. Doch wenn es darum geht, wie er als Mensch ist, er ist aufgeblasen, anmaßend, von sich selbst eingenommen, rüde und eigen.« Harry seufzte. »Weißt du was? Vergiss es. Ist keine große Sache. Ich werde dich nicht davon überzeugen können, dass Draco ein anständiger Mensch ist, und du wirst niemals darüber hinwegsehen können, wie er als Jugendlicher war.« Er schob mit seinen Stäbchen sein Essen auf dem Teller herum, jetzt, da er seinen Appetit verloren hatte. »Erzähl mir von dem Kongress heute Nachmittag. Wer wird alles dort sein?« Hermine wusste, dass sie Harry nicht mehr dazu bringen könnte, wieder über Malfoy zu sprechen, deswegen zwang sie sich zu einem Lächeln. Einfach alle, die auf dem Feld der magischen Physik sich als Pioniere erwiesen haben. Es ist eine sehr große Ehre, gebeten zu werden, einen Vortrag zu halten. Ursprünglich hatte ich geplant, dass ich mit Malfoy zusammen einen Vortrag halten sollte. Doch er hat abgelehnt. An seiner Stadt habe ich jetzt einen meiner Lehrlinge aus Toronto mitgebracht. Wir werden einen Teilbereich der magischen Verschmelzung mit einer Demonstration unserer neuesten Entdeckung vorführen. In den letzten zehn Jahren haben wir so viel gelernt. »Es ist erstaunlich, wie weit wir gekommen sind, in Anbetracht dessen, dass dieses Fachgebiet vor vierzehn Jahren noch gar nicht existiert hatte.« Harry lächelte. »Das klingt faszinierend. Ich hoffe, heute Nachmittag klappt alles.« »Danke, es wird es sicher.« Sie schob ihren Teller weg. »Bist du dir sicher, dass du nicht zum Zuhören kommen willst? Du könntest etwas lernen,« meinte Hermine scherzhaft und wedelte mit ihrem Finger vor Harry her. »Ich passe, danke. Das letzte Mal, als ich versucht hatte, irgendetwas über die magische Verschmelzung zu verstehen, hat mir mein Kopf Stunden danach noch gedröhnt. »Ich wende es an. Verstehen muss ich es nicht,« scherzte Harry und deutete an, um die Rechnung zu bitten. Hermine verdrehte ihre Augen und lächelte. Wie immer waren sie bei ihrem traditionellen Streit angekommen, darüber, wer die Rechnung begleichen soll, und Harry gewann wie gewöhnlich die Debatte. Es fühlte sich gut an, sich mit Hermine zu unterhalten, und obwohl er es genoss, hatte er sich inzwischen an die Trennung gewöhnt. Daher tat es nicht mehr weh, als sie sich abwandte und verabschiedete. Sie tauschten ihre Versprechungen aus, in Verbindung zu bleiben. Sie schrieben sich regelmäßig, wenn auch nicht sehr oft. Er zog sie an sich und küßte sie auf die Wange, bevor sie wegging. Er schüttelte seinen Kopf und blickte ihr nach, dachte daran, dass sich manche Dinge niemals änderten. Und damit ging er zurück in sein Büro zur Arbeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017